Ich bin Yasemin von der Schweiz. Ich bin 24 Jahre alt und bin hier in Queenstown zum Englisch-Lehren. Ich hatte eine sehr gute Zeit in dieser Schule, denn wir sind sehr wenige Leute. So konnten wir sehr gut in kleinen Klassen lernen. Die Lehrer hatten auch gute Zeit für jeden einzelnen Schüler. Wir konnten Sachen fragen, ob alles eingegangen wurde. Ich finde, das ist sehr gut zum Lehren. Queenstown ist der Wahnsinn. Ich konnte mega coole Sachen machen. Ich glaube, es sind Sachen wie Bungee Jump und Skydiving, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich bin mir sicher, dass ich wieder kommen werde und bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Das war jetzt aber auch. Du bist so sehr dankbar. Wo ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020